Patrick Reichen ist ja mittlerweile als Staatssekretär nicht mehr im Amt. Es war dieser berühmte Einfehler zu viel, wie man ja in der Rede von Habeck vernehmen konnte. Und jetzt haben natürlich die Grünen auch gehofft, dass das Ganze so ein bisschen die Wogen glätten würde. Aber mittlerweile kommen immer brisantere Details ans Licht und zwar zur akademischen Vergangenheit von Patrick Reichen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und tatsächlich geht es hier um die Plagiate. Und zwar nicht nur seiner Doktorarbeit, sondern bereits vor zig Jahren, nämlich 1996, bei Arbeiten an der University of Cambridge. Warum das so relevant und so wichtig ist und man das nicht einfach beiseite schieben kann, erkläre ich gleich noch. Aber schauen wir uns erstmal kurz hier bei Aktien mit Kopf wie immer die nur relevanten Details an. Alles andere lasse ich wie immer weg. Und zwar haben wir hier auf dem Blog für wissenschaftliche Redlichkeit von Dr. Stefan Weber. Den kennt ihr vielleicht schon. Der hat auch bereits die Bücher von verschiedenen Politikern und Doktorarbeiten dieser geprüft. Und eben auch dort zahlreiche Plagiate nachweisen können. Und er schreibt jetzt hier, schaut mal, bundesdeutscher Ex-Klimaschutz-Staatssekretär Patrick Reichen hat auch an der University of Cambridge plagiiert. Damals im Jahr 1996 hat er hier schwerwiegend sogar plagiiert. Und er liefert hier auch die Beweise gleich mit dazu auf dem Blogbeitrag. Ich sage, es ist höchst interessant, sich zum Beispiel die Originalbeiträge, die aus einer Studie zum Beispiel zu saurem Regen kommen, anzuschauen. Und dann jeweils in die Arbeiten von Patrick Reichen reinzuschauen, wo teilweise einfach nahtlos übernommen wird und weder Zitate angegeben werden, also von welcher Studie das stammt, teilweise findet man diese Quellen noch nicht mal in den Literaturverzeichnissen von seinen Arbeiten. Und jetzt ist die spannende Frage, nicht nur hier wurde das Ganze nachgewiesen, sondern ja auch mittlerweile bei der Doktorarbeit von Patrick Reichen, wo nicht nur Dr. Stefan Weber, sondern auch einige Plagiatsjäger aus anderen Ländern diese Doktorarbeit geprüft haben und insgesamt bis zu 50 Plagiate in der Doktorarbeit des ehemaligen Staatssekretärs gefunden haben. Warum ist das jetzt so relevant? Warum darf man es sich einfach nur beiseite wischen? Nun, als erstes müssen wir wissen, dass, und das steht hier auch nochmal, dass diese Arbeiten hier eine der wichtigsten Voraussetzungen für ihn später waren, dass er später hier sein Doktorandenstudium an der Universität von Heidelberg überhaupt erst antritt. Das heißt, hier hast du jemanden, der irgendwann mal sein Abitur gemacht hat, der dann angefangen hat zu studieren, der dann in verschiedenen Arbeiten irgendwann gemerkt hat, hey, vor allem, wenn ich im Ausland und so weiter tätig bin, das war damals noch Mitte der 90er Jahre. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an die damalige Zeit, weil wir waren auch an der Schule, weil mein Vater damals an der Technischen Universität Berlin war, hatte er Zugang auch ziemlich früh zum Internet. Das war so Mitte, irgendwann Ende der 90er Jahre. Also Ende der 90er Jahre gab es schon viele, die Internet hatten, aber wir waren wirklich in der Schule, auch in meiner Klasse, weiß ich noch, haben wir so Alta Vista und da hat das Modem immer so komische Geräusche gemacht. Und das Interessante war, dass wir dann immer so Physikarbeiten machen mussten, wo wir so für unseren Physiklehrer so bestimmte Texte zusammenschreiben mussten über Physikprobleme und so. Und ich habe damals als Schüler quasi das Internet entdeckt, einfach Texte aus dem Internet über bestimmte physikalische Dinge ausgedruckt und als Hausarbeit quasi abgegeben. Und der Lehrer hat das erst gar nicht gemerkt. Irgendwann, weil ich einfach so dreist das gemacht habe, dass oben drüber sogar noch der Name stand, hat er dann kapiert, dass das gar nicht meine Arbeit war. Und das waren so die ersten Zeiten damals und nach dem ähnlichen Muster ist hier einfach Patrick Reichen wahrscheinlich vorgegangen, weil er sich dachte, das kann ja keiner im Einzelnen irgendwie nachprüfen. Aber heutzutage gibt es natürlich hochspezialisierte Plagiatsoftware, gibt es natürlich Google und deswegen kann das Ganze hier auch nachgewiesen werden. Und Patrick Reichen war sich seiner Sache einfach viel zu sicher und hat tatsächlich diese Arbeiten sogar selbst ins Netz gestellt, was ihm natürlich jetzt zum Verhängnis wird. Und deswegen ist das auch so brisant, weil, was kann ich mich erinnern an die letzten Wochen und Tage, wo es ja immer wieder erst hieß von der grünen Seite aus, nein, wir halten definitiv an ihm fest und so und er hat sich so erwiesen und so, ja. Und jetzt stellt sich einfach heraus, dass halt eben nichts wirklich erwiesen ist, sondern dass er einfach einen, ja, großen Teil seiner Karriere hier, zumindest akademisch gesehen, auf Plagiaten aufgebaut hat. Und das ist natürlich umso relevanter, wenn man sich mal in Erinnerung ruft, dass unter anderem auch durch die Agora-Energiewende und so weiter, ja, wichtige Studien zum Beispiel zum Aus des Verbrennermotors gemacht werden, ja. Oder den Rückbau des Gasnetzwerkes und so weiter, ne. Und bei der Kernenergie und all diese ganzen Themen. Und wenn du dir jetzt überlegst, da ist jemand, der hat dir diese Agora-Energiewende mitgeleitet, ne, und der hat auch teilweise Studien dazu verwarst, wie valide sind jetzt diese Studien, ja. Also wie will man in irgendeiner Art und Weise dem Ganzen noch trauen. Und deswegen hat das jetzt so eine große Brisanz und deswegen ist es umso wichtiger, dass das eben jetzt auch nach draußen kommt, damit man das Ganze natürlich auch anfangen kann einzuordnen und einfach mal nachprüft, hey, wie relevant und vor allem wie integer waren eigentlich diese Studien der Agora-Energiewende, wenn einer der Hauptverantwortlichen dort eben sich zur Gewohnheit gemacht hat, einfach regelmäßig zu kopieren, zu klauen und zu plagiieren. Und der zweite Punkt, warum das so relevant ist, und da erinnere ich mich auch noch an die ganzen Talkshows und an die Berichte der letzten Wochen und der letzten Tage, wo es immer wieder ja auch von einseitiger journalistischer Seite aus hieß, ja, es gab ja damals bei diesen ganzen Gründungen von den Gremien und bei den Gründungen von Agora-Energiewenden und so, da gab es ja bei den anderen politischen Parteien keine wirklichen Experten. Es war ja so sehr häufig so eine Legitimierung und so eine Rechtfertigung dafür, warum es beispielsweise diesen grünen Filz halt eben gab, über den jetzt in den letzten Monaten so berichtet wurde, immer mit der Begründung, ja, da tummelt sich eben die Kompetenz und da ist es doch völlig logisch, dass die sich auch alle untereinander kennen und es ist doch alles gar nicht so schlimm und so weiter, ne? Nun, jetzt, wo man die Wahrheit dahinter kennt, erscheint das Ganze, auch wenn wir jetzt das Stichwort und Schlagwort Kompetenz in den Mund nehmen, natürlich auch noch mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Oder meint ihr etwa nicht? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an Ulrike Herrmann und so, die das alles versucht hat zu rechtfertigen in den Talkshows und so. Was sagen die jetzt dazu, wenn man lesen kann, dass hier einfach plagiiert wurde? Ich finde, das Ganze gehört restlos aufgeklärt und ich bin schon gespannt, welche weiteren Doktorarbeiten und weiteren Dinge man hier noch sehen wird. Ich kann mich noch erinnern, auch damals an diese eher verteilten Plagiatsnachrichten und so und dass auch der Dr. Stefan Weber einen großen Twitter-Account hat, aber irgendwie ist der mittlerweile gelöscht gewesen. Ich weiß nicht warum, er hat jetzt jedenfalls hier so einen neuen Twitter-Account gemacht. Ich zeige ihn euch noch mal ganz kurz hier am Ende des Videos. Da seht ihr es. Ja, Plagiatsjäger, der hat jetzt irgendwie 619 Tweets schon gemacht, aber der hat irgendwie einen ganz neuen Account, ne? Neuer, bescheidener Account, nur mit 48 Followern. Ich habe jetzt direkt mal gefolgt und bin gespannt auf weitere Enthüllungen.